Hallöchen und herzlich willkommen zu einem besonderen Video, deswegen gibt's heute auch kein Attack of the B-Team. Das rendert gerade noch im Hintergrund, aber es gibt etwas Organisatorisches, was den Kanal betrifft, und zwar den Namen. So, It's a Mysterious ist für Deutsche ja recht schlecht zu merken, deswegen... Äh, außerdem gefällt er mir auch nicht mehr so, da er nicht mehr zu dem passt, was ich wirklich mache, weil's ja kein Geheimnis ist. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, wir wollen unseren Namen ändern, und zwar ist die Überlegung im Raum, ihn in Cubic Reality zu ändern. Also, bitte schreibt unten in die Comments, ob ihr das gut findet, oder eventuell auch andere Namensvorschläge. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall auf Cubic Reality geeinigt, das würde dann unser neuer Name werden, es sei denn, ihr wollt es anders. Also, da ist eure Meinung auf jeden Fall gefragt. Morgen kommt dann möglichst früh, ähm, auch das Let's Have Fun in Minecraft und auch das Let's Show, also dann werden einfach zwei Videos kommen. Ich wollte das nicht zusammen mit dem, ähm, mit diesem Video hochladen, weil dann einfach, ja, ähm, dann wär das Intro noch davor, und ich hatte auch einfach sehr wenig Zeit heute, von daher kommt das morgen. Also, schreibt's auf jeden Fall unten rein, jetzt zum 80. Mal. Wir sehen uns morgen wieder, bis denne, macht's gut.